und damit wieder mal ein herzliches hallo hier aus infected aus unserer kleinen werkstatt ja kleine werkstatt und schlafputze du wisst schon alles so wie man es braucht stuhl tisch bett regal das reicht was brauchen wir in der überlebenswelt ich habe zwischendurch mal noch ein paar sachen durch geschmolzen der die kiste ist voll sozusagen ich warte jetzt nur drauf dass die noch fertig werden dass man noch ein paar eisenbahnen machen können und noch ein paar nägel mitnehmen können wir haben zwar eine menge eisenbahnen aber man kann nie genug haben denn ich würde gerne einen ausflug machen ich möchte gern mal hier hinten lang mal schauen wie weit wir kommen ob man genug sprit finden was man definitiv brauchen ist eventuell schon ein paar bretter denn wenn es schnell gehen muss dann muss es schnell gehen sprich dann würde ich schon mal die sachen wenigstens parat haben bleibt hier ich hoffe uns lassen die web ist noch ein paar sekunden in ruhe hier denn so ein kleines bisschen direkt durch rauchen gehört ja mit dazu und zum einen hätte ich gern gewusst wo mike abhängt damit wir wissen okay dort kann man ihn holen dann gibt es ja noch den großen laster den wir finden können und wir brauchen technologien weil ich möchte ja langsam so ein bisschen strom hinhaben und ja so ein bisschen die base aufwerten das sind so die dinge die mir so gerade den kopf gehen durch den kopf gehen wasser haben wir genug drin genug ist immer relativ aber ihr wisst schon das zum thema wir gehen heute raus ist natürlich oder herz allerliebst so da kommt dann lasst uns mal was essen was haben wir denn hier 51 103 51 wir essen erst mal das kommt dann haben wir noch ein bisschen ruhe es ist doch schrecklich oder da wage ich es endlich mal zu sagen okay wir gehen raus und was sagt das wetter schnee sturm minus 26 grad ihr habt wohl nicht mal alle latten am zahlen oder wie hier draußen ja was war denn nun den ganzen tag das sind immer so die tage die schon im spiel hasse weil du kannst nicht viel machen also kannst eigentlich gar nichts machen du könntest zwar in jacke anziehen hier draußen wieso rum geistern aber das bringt es auch bloß nicht jacke an und wir können ja trotz all dem mal gucken was wir uns bretter machen siehst du nicht draußen ja zumindest spornen die bäume langsam nach hier sind wir auch noch nicht weitergekommen ich hoffe so halbwegs hält unser das könnte mal weg das kann weg und das kann weg das steht mir erst mal im weg guck mal hier ist sogar noch ein wagen wo das zeug nicht überall rum steht hier können wir auch mal gucken was noch doch minus 36 grad draußen die tür hält mich fest also mike seine putze braucht definitiv irgendwo was zum aufwärmen beim besten will nicht weil ich sehe doch die hand vor und augen nicht guck mal das ist doch ja was willst du denn da noch machen mal komm ich geh lieber rein bevor wir erfrieren guck mal da das sind acht leben sofort erstmal weg du hast noch gar nichts gemacht aber das schöne ist es gibt ja stühle zum heilen danke übrigens nochmal in die runde an den kommentator der mich noch mal darauf hingewiesen hat dass es ja die möglichkeit gibt ich hatte das irgendwie verdrängt ich glaube dass in der v 13 hatte ich das mal benutzt gehabt aber irgendwie ja man ist ja kein weicheimer will ja nicht unbedingt sich hier von dem stuhl verrückt machen lassen ja was machen denn nun obwohl wenn jetzt der schnee der schneesturm war kommt ja so schnell keiner minus zwölf grad sieht eigentlich ganz gut aus 1 2 3 4 5 6 7 8 fürs bett 1 2 3 4 für eine foundation 1 2 3 4 1 2 3 4 was haben wir denn 10 lasst uns das mal so machen wir packen mal hier hinten die paar bretter rein die sind eigentlich nur dafür gedacht dass man mal ganz schnell unterwegs uns eine putze bauen können die werden nicht reichen weil aber dann geht es nicht schneller dann haben wenigstens die grund foundation schon mal und ihr wisst schon ihr könnt mal bretter werden ich würde mir ganz gerne unterwegs eine kleine putze bauen die man dann schon mal nutzen können als zwischenstopp falls es doch mal so sein sollte das bretter los wird schneller gemüse muss ich daran achten mit unsere gemüse werte bisschen höher sind weil die ausdauer sinkt nämlich dann ganz schnell mal so wir haben bretter wir können unterwegs uns eine putze bauen das muss reichen lasst uns mal gucken was wir jetzt hier noch an gemüse vor ort haben wir haben wir können hier reingehen zack ernten aber gleichzeitig wasser aufgefüllt und die gemüse werte bisschen hoch weil davon haben wir ja 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 ich müsste eigentlich gießen ich weiß das sage schon seit zwei folgen wir haben wasser können lassen dass man mit richtigen wasser gießen abgekocht ist ja dann schnell wieder aber wenn das hier nicht wächst ein großes problem und glück müssen das wasser nicht erst aufkochen damit muss und gießen nutzen können habe ich das hier völlig verdrängt auch so ist das bei mir immer wenn ich baue dann baue ich dann bin ich wie in so einem tunnel gefangen ja ja und du bist gleich im herd gefangen mein freund ja der große klappe hat wird eingesackt und eingetütet so sagt dann ist es wenigstens gegossen bevor wir los machen aber das geht natürlich jetzt alles von der zeit die wir unterwegs haben weg ich hoffe wir es reicht uns durch hier noch zack wir müssen ja auch wenigstens einmal wasser doppelt gießen können und dann müsste man noch eine treppe hin wir müssen dann auch jetzt kochen wasser wie dort das dauert auch wieder ein bisschen aber in der zeit kann ich ja halt rein theoretisch meine sieben sachen packen ja 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 und schön fängt er wieder an mit schwitzen wie kann man sich denn zu tote schwitzen ja reicht ja ja nicht rum weil viel haben wir jetzt hier nicht mehr essen 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 so gemüse werte sind oben unsere werte sind oben wasser abkochen zum glück unsere tiere da im korn relativ safe und sicher zack was brauchen denn also bretter haben wir können uns sozusagen unterwegs auf die schnelle mal im bettchen bauen die erste foundation klar die reichen nicht aber was soll es so die sachen hier spiel drehe ich mich nicht auf die raus und die raus da haben wir jetzt sechs sieben acht neun zehn dann können wir wenigstens schon mal einen durchlaufen lassen und damit noch ein paar eisenbarn haben den können wir auslassen wir sind eh nicht da den haben wir leer gemacht was haben wir denn hier alu erde bleich stahl aber wir haben doch hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und dann bekommt die nämlich auch mal durchlassen landwirtschaft müssen mich noch trüben vorbei wir müssen gegebenenfalls mal noch ein bisschen medizin machen das braucht man hier brauchen wir jetzt nichts faser und seile finden wir trüben lass uns mal das tuch mitnehmen das mitnehmen und das ach so in irgendeiner kiste haben wir ja benzin gehabt da so dann gib uns mal die jacke her 79 nein nicht schlafen ja schneller ich nehme dich zu klein bin ich stelle den draußen vor die türen immer auf damit da ab in die böse ecke ja so ein quatsch naja was soll's es ist zumindest gemütlich sprich wir müssen uns in der terrasse bauen erledigt mit bitte zu affe tot wir haben unsere winters sachen mit wir haben das mit mal gucken das jetzt was wird ja 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 ein kleines bisschen habe ich mir das schon so vorgestellt ja also unsere werkzeuge reparieren noch ein bisschen heilung holen wenigstens eins oder zwei falls wir doch unterwegs auf wenn wir nicht genug sprit finden ich hoffe es zumindest ganz dringend weil sonst wird es ärgerlich sonst müssen wir laufen und bei dem wetter ist laufen natürlich die schlechteste alternative sprit sollte noch ein paar meter bis zu unserer alten putze reichen ich warte auf den tag wo wir ankommen und unsere putze hier von wenn piece übernommen wurde ach da ist das schiefer so was haben denn hier noch zeugs wir haben hier noch was wir haben hier noch ein bisschen was wir nehmen mal zwei von den kids mit hier haben wir die firma auf so und jetzt muss noch mal gucken die medizin kisten ich habe immer so selten gemacht band ein verband ein fisch öl eine schiene fisch öl wie viel haben wir denn noch 12 verbände haben wir so ein paar maschinen und schienen zwei stecke fünf pflanzenfasern und da haben wir zwei schienen okay dann kann man ja zwei machen da haben wir wenigstens ein grundstock wieder da falls wir doch was brauchen zack cool du kannst hier rein du gehst da rein tuch braucht man nicht das muss reichen also werkzeuge reparieren ganz wichtig okay das ist repariert nicht dass wir unterwegs sind und dann keine werkzeuge haben wenn wir jetzt keine ölkähnchen hier doch mann 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 willst du nur einfach los was haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen ist wasser ja immer auf mitschleifen eins zwei das sollte reichen für wasser zum abkochen das haben wir natürlich nicht gemacht da kann man das eine fleisch noch mit dir drauf packen das hier rein naja wird knapp aber es sollte funktionieren so das läuft wir haben sprit wir haben das wir haben was zu essen aber da brauchen die pilze jetzt nicht pilze raus wir haben auf dem dach noch an gemüse und noch haufen zeug die ganzen körper die ganzen millionen geklaut essen so das haben wir ein Stück fleisch bevor es vergammelt essen so unser wasser sollte durch sein gib mich mein wasser so hab ich nicht grad ein Stück fleisch hier hergelegt ja da so wir haben essen wir haben trinken wir haben ein bisschen sprit halt wir haben noch einen vierten Platz vier das ist auch noch ein Speer ja Gott reicht wir müssen die Frage wo fahren wir denn am dümmsten jetzt lang damit wir am günstigsten da rüber kommen die Straße hoch hier durchs Lager pff ja könnte ja mittlerweile nachgespawnt sein ja macht doch mal ey man ist es so gewohnt dass man die Map auch mit Escape zu machen kann klappt hier ein Spiel immer nicht vielleicht können wir ja unterwegs am Zeltlager vorbei und dort eventuell ein bisschen Sprit einfach so am Wegesrand einsacken wäre natürlich gut tut 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 und wir können doch hoffen dass wir heute mal ein bisschen verschont bleiben von den Bampis wenigstens ein bisschen dass wir wenigstens ein Stück weit kommen nicht dass wir unterwegs hier ständig irgendwie aufgehalten werden ja minus 12,4 wettertechnisch passt noch aber naja früher konnte man sich in Häusern verstecken wenn jetzt ein Schneesturm kommt da mal schnell eine Putze hin bauen nicht so einfach komm Augen zu und durch Augen zu und durch Augen zu und durch Mist ich wollte gucken wegen Sprit naja machen wir hier hinten Werte sind in Ordnung Wetter scheint auch noch in Ordnung zu bleiben ich will es nicht beschreien minus 12,5 ist ja ein bisschen kühl ein bisschen frisch aber das macht rosa da wang mua da 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 so wie weit haben wir es denn jetzt noch na gut bis zur nächsten kommen wir vielleicht noch mit dem Sprit dann muss ich tanken ich hatte vorhin geguckt wovon wir losgefahren sind wir wir waren bei einem Viertel das sollte eigentlich reichen das schöne ist das große Auto der Truck verbraucht weniger Sprit als die kleine Karre die sozusagen auch noch umweltfeindlich feindlich du wirst schon nicht effizient nicht sparsam genug so die Frage ist gab es hier ein Fass wegen Sprit da kommt keiner da was hallo Schiene brauchen wir nicht das brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht Öl kenne ich nicht ich nehme jetzt wirklich nur diese Sachen mit die wir wirklich ad hoc auch verbrauchen könnten Verband ist in Ordnung noch ein Verband noch ein Verband das lassen wir hier ja eigentlich brauchen wir sie nicht hallo so wir packen das mal ja rein ich hätte es echt gedacht hier gab es einen Benzinfass ah sonst wird es Sprittechnisch ein bisschen blöd weil jetzt sind wir denn überhaupt oder schön ist der Sprit alle ok na dann gib Gas dann gib mal Gas hier oben rechts war glaube ich irgendwo eine schöne Ecke wo man auch bauen konnte mal gucken ob ich mich da recht dran erinnere na du zumindest es war ja Wasser in der Nähe ich glaube wir hatten immer unsere Zwischenputze hier oben da vorgebaut vor der Stadt oder nach der Stadt komisch komisch da ratiert mich jetzt ein bisschen oh guck mal da was ist doch mal was oh da guckt Heilung vom Feinsten und der Technologie oh das sind keine Gegner ah da ich wollte gerade sagen keine Gegner auf der Karte hab mich schon gesehen in den ersten Glas brauchen wir nicht können wir liegen lassen oh das ist in Ordnung das nehmen wir mit Kaffee brauchen wir jetzt nicht ich nehme echt nur die mit die wir wirklich effektiv gebrauchen können Heilung und die Dinge die man auch nicht selbst herstellen können das ist schon durchsucht so so hoch zumindest äh hoch zumindest haben wir verschlägt es mir gleich die Sprache Technologie gefunden ein Schritt näher zum Strom ja natürlich nur aufpassen dass wir hier nicht ihnen die Arme laufen schild noch mit ja 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 gut das Ei brauchen wir jetzt nicht unbedingt aber notfalls das ein paar wichtige Sachen ja das braucht man nicht wichtig wäre mir eigentlich eher ein bisschen Benzin ach da ist es so das nehmen wir schon mal mit ja ja Verbandszeug kann man nicht genug haben würde ich mal sagen wir nehmen mal ein Stück Kohle mit da können wir nämlich vielleicht unterwegs uns was grillen obwohl guck mal wir haben so viel zu essen gefunden das nächste Mal ist sowieso wieder zu schwer das brauche ich nicht nicht die Sachen sind wichtig prima das haben wir schon mal siehst uns nicht du siehst mich nicht na 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 pfuh ja davon hast du jetzt eigentlich genug da kommt dann ist mal einer sonst rennt er mit bevor es schlecht wird na guck erstmal hoch hier nix gescheits da ja keine riesen looter werden sondern einfach mal den nachbarschaft der doppel passte die kannst du behalten die kannst du dir ins knie schmieren so ja ist zack ja alle so dinge die wir aktuell nicht brauchen wäre ja quatsch wenn wir uns jetzt in die Taschen voll rammeln und dann am ende sowieso wieder rausschmeißen müssen ölkännchen ja komm immer T schrauben brauchen wir eigentlich unterwegs nicht ein Stück Leber können wir uns vielleicht machen da kann ich nämlich meine Werte endlich mal hoch schieben essen zack erledigt ein Kaffee da komm da da das war knapp das war knapp da läuft er halt drüben lang aber so wenig da ist der andere da ist sein Kumpel er kommt wieder zurück jetzt können wir den einen hier locken dass wir nur einen haben gegen den wir uns wehren müssen ich würde ganz gerne in das blaue aus rein und hier ist noch eine Technologie zack naja da noch eine Technologie mehr an wir können nach Hause fahren dann habe ich das was ich eigentlich wollte da da oh komm die Taschen sind nämlich gleich gleich wieder voll hier haben wir alles durchsucht ja wir gucken da trotzdem mal hoch bisschen Elektronik und sowas können wir ja jederzeit gebrauchen ach das dumm ist die Verbandsdinger sind zwar gut damit sind noch ganz schnell mal die Taschen voll und das Gewicht so wo ist er denn jetzt hin so wo ist er denn jetzt hin so das ist toll steckst du dich in der Hütte und dann stehst du einfach mal auf freiem Feld und dann stehst du einfach mal auf freiem Feld ne ich pack den wir haben nix das ist ja nochmal gut gegangen vor allem ein kleider zweer heiklinge sind sie sozusagen auch noch ähm die Sachen sind ja halt grad wichtig Heilung dann die elektronischen Sachen und die Sachen die wir nicht herstellen können Bio-Sprit wenn er da ist nehmen wir natürlich mit eben überall nur mechanische Bauteile komm immer sie hier lassen hier verdirbt sie eh ich hab mir früher immer vorgestellt wenn hier eine Pizza drin wäre so Inventar ist sozusagen auch immer so und dann hast du die noch mit rein Kartoffeln wir haben so viele Kartoffeln mittlerweile so zack und dann ja was ein Seminar nicht zu sehr voll läuft gucken wie spät haben wir es denn hm Nachmittag so da war auch noch einer so da 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 würde ich sagen lasst uns mal ein paar Meter aus dem Örtchen rausfahren solange hier alle noch tot sind oder nicht da sind oder sich verstecken oder was auch immer und da bauen wir uns eine Schlafputze auf und dann haben wir zumindest schon mal ein Teil geschafft mal die Sachen können schon mal raus Sprit kann raus das ist schwer Stahlbarn was haben wir sonst noch so Hauptsache erstmal raus aus dem Inventar weil es ist halt schwer so schon kommt so ein Blödwolf ja wir haben frischen Sprit wir kommen wieder ein paar Meter weiter hier ist auch noch eine Karre nichts gescheites drin oh seht ihr wir sind voll versorgt wir haben alles wir haben Essen Trinken Wasser lass uns mal ganz kurz gucken wo sind wir hier ah es ist natürlich ein verdammt weiter Weg wenn wir hier reinfahren dann wieder zurück ist besser als wenn wir auf dem Rückweg hier wieder lang kommen Geh doch mal zu du Karte entweder klemmt bei mir die die M-Taste oh dann würde ich sagen wenn wir jetzt hier großartig Spirenzchen machen wir haben bis jetzt echt Glück gehabt mit dem Wetter ähm ähm lasst uns hier in der Nähe vom Wasser mal ein bisschen so da haben wir hier unten aha ganz zielstrebe ich hierher weil ich kenn ja die Ecke das ist ja nicht das erste Mal dass wir hier sind so so wir bauen uns hier eine kleine Hütte auf dann übernachten wir nämlich hier und wir haben sozusagen für den Fall dass wir es dringend brauchen hier eine kleine Hütte das ist eine markante Ecke hier an der Kreuzung das sollte das passen so ne dann geht mal her so ne dann geht mal her so also wir brauchen einen Sägetisch was zu schräg äh äh seht doch als hätte ich es gehahnt so als hätte ich es gehahnt da du, 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 gib her du man dann haut er den quatsch mal hier rein da drauf ende 123 ja ich weiß ich bin doch schon dabei ich bin doch schon dabei schreibe ich nicht so ein spiel hier drauf komisch als hätte ich gerade jetzt das im gefühl gehabt dass uns gleich schlimmeres bevorsteht ach drauf ist mein mauszeiger ist der mauszeiger weg ich krieg doch klein föhnen wo ist mein mauszeiger deckel zack da sind drin drei holzstämme platzieren äh sonstiges zack da kann mach hätte ich nur nichts gesagt dass es uns zu gut geht überfüllt es geht um dein leben ausruhen kannst du dich wenn du tot bist ein paar steine zehn stück 15 6 7 8 9 und keine zehn das sollte reichen ja ja kommt doch schon da guck wir brauchen noch eine tür führe da ein fünf bretter eins zwei drei vier fünf zack das haben wir da kann man vielleicht gleich noch hier eins drei mit rein zack wenn das witzig ist gleich sagt er uns bestimmt wir schwitzen bitte die henne na gut haben wir geschafft wir leben noch da können wir wenigstens in heilung benutzen eine nicht zwei egal cool ist doch schön wir sind im warm wir haben eine hütte wir können hier übernachten können wir vielleicht hier möbel schlafzimmer bett bretter müssen wir noch haben haben wir nein das braucht man nicht minus 29 grad jetzt wäre natürlich ein lagerfeuer noch schön wie viele steine haben wir denn machen wir die tür zu haben wir das hier in der ecke gestellt also minimalistisch vier steine und acht feuerholz jetzt sicherweise ist man fertig wir müssen sowieso irgendwo schlafen so irgendwo im baumstamm rumliegen nee ne egal komm wir wachsen eh wieder nach ja ja hau ab so wir müssen sozusagen die bretter gleich wieder erfüllen hier draußen hinter und damit da haben wir hier haben wir so was wir brauchen brennholz gut zack und zack und dann haben wir doch genau das was wir brauchen wir haben ein lagerfeuer wir haben was zum anmachen ich schau jetzt mit dem wasser aus hier ist noch voll das haben wir hier werdet bretter jetzt nicht sehr ergiebig die bäume oder gefühlt habe ich doch mehr holzstämme gehackt gehabt als man jetzt verwendet habe naja egal dann haben wir es doch geschafft wir haben technologien gefunden zwei wir haben ein bisschen loot eingesammelt wir haben uns eine außendienst putze gebaut wir haben ein ort zum schlafen das ist so niedlich die hütte wird immer niedlicher die hütte wird immer niedlicher und wir haben den schneesturm überlebt gut dann danke ich euch fürs dabei sein für euer zuschauen liked die folge abonniert den kanal seid wieder dabei wenn es von hier aus dann weiter geht wir werden die nacht hier verbringen guck mal da kann ich wenigstens mal ausschlafen und dann geht es beim tagesbeginn los und dann naja haben wir noch ein bisschen strecke vor uns also in diesem sinne tschessikowski und bye bye